Heuer! Hey Gladwell und herzlich willkommen zum Defend-Blog! Wir fahren jetzt nach Köln mit dem Zug und da steht da schön dran, falls man es überhaupt sehen kann, keine Ahnung Mit Mr. Klaus Moin Kennt ihr ja von den Nombo-Touren und es wird heute erstmal der erste Block sein, lieber nach Köln fahren, dann ein bisschen Nombo fahren und morgen ist dann die Gamescom und der Videoday am Freitag und ja, das ist alles Weißt du nicht, jetzt fangen wir um 10 Uhr mit dem Zug und ja, dann super! Prüß! Davor gilt du aber so. Meinst du war Island ich Programme Telefon Observat 努力 So, jetzt sind wir in der Roomtour, wir sind in Köln angekommen, wir auf den Bildern, glaube ich, hier haben wir die Messerzimmer stechen, hier haben wir ein paar schöne Bilder und die schöne Lampe, hier baue ich schon das YouTube-Gedöns auf, hier ist der schicke Ausblick, den man hat ganz toll nicht, auf die Nachbarn, genau, da haben wir unsere Weppen, da ist der Klaus, da braue ich auch schon was auf, hier haben wir zum Anhängen gedönst und das ist das schicke WC, hallo, ja, das ist Klaus seine Tasche, das ist Mülleimer und das ist in der Dusche, und ja, das war der erste Tag in Köln und, das war schon der erste Tag, naja, wie wir angekommen sind, morgen gibt es dann die Gamescom, da nehme ich schon nicht mit Handy auf, beziehungsweise machst du ein behind the scenes, aber wir interviewen ein paar Menschen mit dem Zoom und mit der Spielreflexkamera und bla und so, und ja, heute fahren wir vielleicht noch ein bisschen longboard oder so, gehen zu McDonalds, ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe heute verschlafen, es wäre fast zu spät gekommen, ja, und das war die Roomtour und das war der erste Tag und das Internet, diese Klassen, wir haben Internet, wir haben 8 MB runterladen und 2 MB hochladen, das heißt, nicht viel zu Hause mit 0,20 MB hochladen, sondern mit richtig viel Schmack ist hier, heißt, ich kann die ganzen Videos hoch machen, ja, ok, das soll es jetzt gewesen sein mit dummen Videos hochladen und so, und ich sage dann noch, bis zum nächsten Mal, bis morgen und so weiter und so fort, und auf Wiedersehen Leute, ciao! So, nachdem wir alles eingerichtet haben, wie man vielleicht das einfachsten sehen kann, die Internet ist super hier, ähm, da Video Day und so weiter und so fort, und guckt mal das Wetter an. Geil, ne, schön, fett, regen, toll, ne, gleich in Köln, nichts mit Lungenboot fahren, fetter Regen, fetter Regen, alter, warum muss das Regen, und da hinten, alter, wie das da rausplätschert, sieht man gerade nicht, schade, ja, nichts mit Lungenboot, die schlafen da, ja, ansonsten ist aufgebaut, die anderen sind jetzt einkaufen, ich, äh, hab hier eben halt alles aufgekommen, äh, Essen, Stativ und Mütze, äh, andere Mütze, ähm, ja, Fernsehen und das ist Flucht- und Rettungsweg, das ist sehr, hallo, ja, das war eigentlich alles, ja, so, so gespannt wie das Wetter ist sicherlich sehr voll, und, ähm, ja, ich hoffe mal, dass das Wetter sich bessert, dass man noch Lungenboot fahren kann, und andere Dinge, ich würd mal sagen, das ist der erste Blog für Köln, ähm, wie wir angekommen sind, dann gibt's andere Köln-Vlogs jeden Tag im Vlog, und dann noch die normalen Videos, ähm, ich lad grad ein Video hoch, was ich noch zu Hause gedreht habe, wo ich 5 Stunden dran geschnitten habe, mit großer Effekt und bla, und, seht ihr dann schon, da werde ich paar Pizzas auf dem Balkon, aber, das werdet ihr alle sehen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, das ladet ich grad hoch, ich kann's immer zeigen, äh, da, schon seit 38% und das in paar Minuten, oder was weiß ich, das, ja, das würde ich sagen, äh, das war's erstmal für den ersten Tag, wie gesagt, und, äh, mal sehen wir jetzt alles gut, ich sag, ciao Leute, danke fürs Zusehen, und bis zum nächsten Köln-Vlog, ciao! So, wir klassen vom Einkauf zurück, und, äh, ja, wir wollten uns gerade durchmachen, hier schön brennen, aber ein, äh, englischer Stecker, und das ist Deutsch, und das ist Englisch. Toll!